Die 9,8 Sekunden Challenge. Was ist das denn? Ich nenne dir einen Begriff und du hast dann 9,8 Sekunden Zeit, um so viele Begriffe zu nennen, wie die einfallen. Sehr gut. Fangen wir an. Das ist schwer vorzustellen. Ich gebe dir den ersten Begriff und drücke dann auch gleich auf Start. Der erste Begriff ist Schauspieler. Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Richard Gere. Ich bin so schlecht bei Schauspielern. Ich bin so schlecht. Also ich merke mal, du hast 3 beim ersten Begriff. Für dich kommt in Frage Schauspielerin. Miros Verben, Angelina Schirrini, Veronica Ferris. Ähm, ähm, boah. Ja, und vorbei. Darf ich aufreißen? Ja, stopp. Das ist wichtig. Ich bin spiegelt. Obst. Erdbeeren, Himbeeren, Blaubeeren, ähm, Bieren, Apfel, Banane, ähm. Das ist echt schlecht. Für dich geht's jetzt um Gemüse. Aubergine, Zucchini, Tartoffel, ähm, Rosenkohl, Weißkohl, Blaukohl. Ist das schlecht. Rosenkohl, ähm, Pilat, äh, Paprika, Gurke, Banane. Fertig. Fertig. Weiß ich nicht. Und Fehler und raus. Raus. Vorbei. Fehler ist Fehler. Zweite Runde geht an mich. Was? Überhaupt nicht. Natürlich. Jetzt geht's los. Das ist lächerlich. Das ist lächerlich. Das weißt du auch. Ihr habt einen Videobeweis. Können wir gucken. Können wir schauen. 1-0. Ja. Mit was? Benz. Ach so. Warte kurz. Los. Das finde ich auch schlecht. Wetter, Cilipepa, Gorilla. Gorda. Nena. Kann man auch sagen. Das ist auch eine Band. Ähm. Ist Nena eine Band? Klar. Okay, also. Automarken. Öl für BMW. Ja, und fertig. VW, Foda. Da ist eine ****** Zande hier aufgeschrieben. Hyundai, Honda, Lamborghini, Ferrari. Das wusste wieder. Lamborghini wusste wieder. 2-1 für Carlico. WirINGTRA donors. Benzer W proxswach như der BOMB. Wir gucken. Wir gucken. Tieren.